So, in der Tissen läuft es wieder. Jeden Sonntag 14.30 Uhr. Freiheit! Frieden! Genau! Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Dafür laufen wir jeden Sonntag 14.30 Uhr. Genau. Er wollte die richtigen Burgkasten erfolgen. Hallo Thomas! Hi Hildegard! Prächtig! Grüner an die Ostfront! So muss es sein! Die, die in den Krieg wollen, die sollen den auch machen! Servus! Servus! Servus Thomas! Alle wieder da! Genau!